In diesem Video sehen wir uns das kostenlose und DSGVO-konforme Cookie Plugin Compliance an, das für deine Website super geeignet ist, wenn du Google Maps oder auch Google Analytics anbinden möchtest. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt. Ich bin Nils von webbegeistert.de. Jetzt geht's los. Das kostenlose Compliance Plugin findest du hier im WordPress-Verzeichnis und suchst danach. Dann erscheint es auch schon hier an erster Stelle. Jetzt installieren und aktivieren. Diese Meldung hier kannst du schließen. Dann bist du hier auch schon im Compliance-Dashboard und wir wollen mal mit dem Assistenten zur Einrichtung starten, den du auch im Nachhinein jederzeit aufrufen kannst hier oben. Und da brauchen wir natürlich das Datenschutzgebiet oder Gesetz, das für uns Anwendung findet. Das ist hier die Europäische Union. Und sprichst du Besucher aus Deutschland, Österreich, Belgien oder Spanien an? Ja, natürlich. Und gibt es auf deiner Website Besucher mit Login-Zugang? Das wäre der Fall, wenn du einen Mitgliederbereich auf deiner Website, also direkt auf deiner Domain installiert hast. Dann müsstest du hier Ja angeben. Aber Vorsicht, ich empfehle dir ja immer, einen Mitgliederbereich auf einer Subdomain anzulegen. Das heißt, in diesem Fall würde das nicht zutreffen. Du würdest dann deinen Mitgliederbereich auf einer externen Domain und nicht auf dieser. Insofern müsstest du dann Nein anklicken. Und wenn dich das gar nicht betrifft, natürlich auch einfach Nein und dann Speichern und Fortsetzen. Im nächsten Schritt kannst du auswählen, welche Rechtsdokumente erstellt werden sollen. Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt und leiste hier auch keine Rechtsberatung, sondern berichte ich aus meinen Erfahrungen und würde dir halt empfehlen, diese Cookie-Richtlinie von Compliance erstellen zu lassen, die du, wie du später noch sehen wirst, wir auch in unterschiedlichen Stellen einfügen können. Dann die Datenschutzerklärung natürlich kannst du hier einfügen über eine existierende Seite oder eine bereits bestehende mit einer externen URL. Ich nehme mal hier die existierende und wähle da die Datenschutzseite aus, genauso wie das hier beim Impressum zu machen ist. Und da brauchen wir auch die entsprechende Seite hier. Haftungsausschluss ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Den kannst du sonst im Impressum einfügen, aber wie gesagt, informiere ich da gerne bei deinem Anwalt und wir klicken hier auf Speichern und Fortsetzen. Informationen über die Website, da trägst du deine Daten ein, also Name oder Firmenname, Adresse und E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer, unter der du zu erreichen bist und das fülle ich hier dementsprechend auch aus. Und diese Daten werden dann auch in der Cookie-Richtlinie veröffentlicht, die Compliance hier erstellt, Speichern und Fortsetzen. Möchtest du die Aufzeichnung der Zustimmung aktivieren, das ist eine Upgrade-Funktion, die brauchen wir aber auch nicht unbedingt und möchtest du die Datenanforderungsformulare aktivieren, brauchen wir ebenso wenig aus dem Upgrade und respektierst du Nicht-Verfolgen und globale Datenschutzkontrolle. Das würde ich aktivieren, denn das ist eine Einstellung im Browser deiner User und Userinnen, die dann auf Nicht-Verfolgen gestellt haben und den Cookie-Hinweisen dementsprechend auch nicht haben wollen. Und das würde ich dann entsprechend auch respektieren, Speichern und Fortsetzen. Und jetzt scannt Compliance hier vollautomatisch deine Website nach Cookies. Du siehst, hier wurde jetzt noch nichts gefunden, aber wir wollen nachher ja noch Google Analytics einbinden und spätestens dann wird hier auch etwas angezeigt. Das ist aktuell aber nicht entscheidend, du kannst hier einfach auf Weiter klicken und die entsprechenden Einstellungen nehmen wir dann weiter hier vor. Wie gesagt, Google Analytics wollen wir hier hinzufügen. Wenn du andere Optionen nutzt, wie Matomo zum Beispiel, musst du das entsprechend hier aktivieren. Und für Google Analytics haben wir hier noch die unten drei Punkte der IP-Anonymisierung. Das ist wichtig, dass wir die noch anhaken und sind dann auch auf der sicheren Seite, Speichern und Fortsetzen. Und dann haben wir hier die Abfrage, möchtest du die Einwilligung über die Statistik einholen? Ja, das würde ich jetzt lassen. Und möchtest du, dass Compliance Google Analytics zu deiner Website hinzufügt? Das wollen wir auch vollautomatisch so eingestellt lassen. Und ansonsten hier den V2-Mode haben wir nicht aus der Upgrade-Funktion. Und hier setzt du dann deine Google Analytics Tracking-ID ein. Wie man Google Analytics aufsetzt, das zeige ich dir nochmal in einem anderen Video. Aber wenn du hier auf deinem Account bist, dann kannst du hier unten unter die Verwaltung gehen und dann hier unten auf die Datenerhebung und Änderung anklicken, dann den Datenstream hervorheben und dann hast du hier, wenn du den aufrufst, deine entsprechende Mess-ID. Die kannst du hier herauskopieren, wechselst wieder zu Compliance zurück und trägst sie per Copy & Paste hier ein. Die weiteren Optionen brauchen wir nicht. Google Tag oder solche Dinge verhindern wir hier weiter nicht. Und dann Speichern und Fortsetzen. Möchtest du die Zustimmung pro Dienst verwenden? Das wollen wir hier nicht. Das wäre zu aufwendig. Nutzt deine Website Dienstleistung und Drittanbieter? Du kannst hier immer über das Fragezeichen fahren und erhältst dann auch weitere Informationen. Und da sehen wir, dass hier auch Maps angezeigt wird. Und auf der Seite wollen wir auch beispielhaft mal Maps blockieren lassen, was hier ebenfalls in der kostenlosen Version von Compliance wunderbar möglich ist. Also aktivieren wir das. Und hier unten haben wir dann auch weitere Punkte, wie zum Beispiel YouTube. Das Video habe ich hier ja auch eingebettet, also aktiviere ich den Dienst. Nutzt du entsprechend weitere Dienste wie Mio oder hast vielleicht auch ein Newsletter-Formular hier eingebunden mit ActiveCampaign. Kannst du das entsprechend hier aktivieren. Dann hast du auch weitere Optionen hier nach unten hin, die du dann auswählen kannst. Und ansonsten haben wir hier noch den Punkt, enthält deine Website eingebettete Social-Media-Inhalte wie Schaltflächen. Damit ist jetzt nicht eine einfache Verlinkung zu Facebook gemeint, sondern eben so ein Share-Button, mit dem du Blog-Beiträge zum Beispiel direkt in Facebook teilen kannst. Das habe ich hier nicht aktiviert, also habe ich die ja Nein ausgewählt. Du musst entsprechend gucken, ob du diese Option nutzt. Und dann haben wir hier nochmal weitere Skripte und da kannst du auch nochmal über die Vorschau hier fahren. Das brauchen wir in diesem Fall aber auch nicht zu aktivieren. Verwendet deine Website Kommentare von WordPress. Wenn du einen Blog benutzt und da beispielsweise auch die Kommentarfunktion aktiviert hast, dann bitte hier auf Ja stellen. Und ich klicke hier auf Speichern und Fortsetzen. Dann sind wir hier am Punkt Plugins angelangt und sehen, dass wir hier zwei aktive Plugins gefunden haben. Einmal Divi und einmal OMGF. Das ist ein Plugin, das Google Fonds blockiert. Und hier unten haben wir dann auch unsere Google Maps und YouTube. Das können wir aber alles so stehen lassen und erstmal so hinnehmen, speichern und fortsetzen. Und dann haben wir hier die cookiedatabase.org. Da zieht sich Compliance jetzt aus einer Datenbank diverse Daten und das immer aktuell. Das heißt auch in Zukunft wird deine Cookie-Richtlinie automatisch von Compliance aktualisiert. Das ist super praktisch. Würde ich hier noch auf Deutsch umstellen. Und dann können wir hier auch auf Weiter klicken. Die Dokumente, die erstellt werden, das ist die besagte Cookie-Richtlinie hier, die Compliance hier für dich erstellt. Das machen wir mal. Erstelle die fehlende Seite und dann ist die Seite auch erstellt. Und jetzt hast du die Option, die unterschiedlich unterzubringen. Du kannst hier entweder auf diesen Shortcode-Generator hier klicken. Dann ist also hier der Shortcode in die Zwischenablage kopiert. Und du könntest den in deine Datenschutzerklärung hier eintragen. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass du es hier unter Cookies einträgst. Und du kannst das auch einfach hier per Copy und Paste einfügen. Du musst dafür nicht in die HTML-Vorschau. Und dann ist dieser Code hier eingefügt. Ich speichere das mal und aktualisiere hier auch nochmal. Und bände den Visual-Bilder mal. Und dann sehe ich hier unten, dass unter Cookies auch die entsprechende Cookie-Compliance-Aufführung hier angegeben ist. Allerdings siehst du hier auch die Nummerierung, die Compliance hier automatisch einfügt. Finde ich persönlich jetzt nicht so glücklich gelöst. Wenn du sonst keine Nummerierung gelöst oder die vorhandene, wird hier ja auch automatisch nicht aktualisiert. Und insofern würde ich dir raten, deine Cookie-Richtlinie, die ja an der Seite ist, die hier erstellt worden ist, einfach in deinem Footer-Menü zu platzieren. Dazu erstellst du hier unter Design-Menüs einfach ein neues Footer-Menü. Und kannst dann die entsprechende Seite, die EU-Cookie-Richtlinie hier, deinem Footer-Menü hinzufügen. Ja, wir gehen nochmal zurück und setzen auf Speichern und Fortsetzen. Und jetzt haben wir hier genau die Option, die ich eben erwähnt habe. Dass du nämlich an der Cookie-Richtlinie die Seite, die entsprechende WordPress-Seite hier, einem Menü hinzufügen kannst. Und wenn jetzt hier ein Footer-Menü erstellt worden wäre, würde das hier auch auftauchen. In diesem Fall nehme ich einfach mal das Hauptmenü und setze hier Speichern und Fortsetzen. Und da sehen wir schon, fast fertig. Wir haben es fast geschafft. Und dann möchten wir noch den Zustimmungs-Banner auch anzeigen. Natürlich wollen wir den haben. Und jetzt haben wir noch die Aktivierung der Cookie- und Script-Blockierer. Die wollen wir natürlich auch haben. Genau darum setzen wir dieses Tool hier ein. Und jetzt sagen wir Fertigstellen. Wir kriegen noch ein kleines Konfetti hier. Wir können dem Banner auch einen Namen optional vergeben. Und hier unten taucht er schon auf. Und den können wir jetzt noch weiter einstellen. Und vor allem das Aussehen ist hier noch interessant. Da gehen wir mal wieder auf Speichern und Fortsetzen. Wir kommen dann hier in die nächste Option. Wir können dann entscheiden, ob der Banner oder wie der Banner angezeigt werden soll. Unten, dann wäre das hier so eine gesamte Leiste. Ich würde es aber hier auf unten rechts vielleicht stehen lassen in diesem Fall. Und dann haben wir noch die Animationen, die wir hier optional wählen können. Wir können die Breite einstellen. Den Schieberegler hier austauschen. Und auch unser Logo, wenn gewünscht, noch hinzufügen. Dann würde es hier unten links auftauchen. Um das noch ein bisschen zu branden. Und dann haben wir natürlich die Schaltfläche schließen, die ich hier deaktivieren würde. Denn ansonsten muss das Ganze wenig sind. Und dann haben wir hier noch den Boxschatten, den wir aktiviert haben. Und ansonsten passt das hier soweit alles. Wir gehen wieder auf Speichern und Fortsetzen. Kommen dann zu unseren Farben. Und jetzt wird es interessant. Denn erlaubt ist es so aktuell nicht. Denn du hast hier eine farbliche Abgrenzung zum Akzeptieren und Ablehnen-Button. Und die müssen eben alle die gleiche Farbe haben. Damit die Nutzer und Nutzerinnen hier nicht irritiert werden. Und denen die Auswahl gleich schwer oder leicht fällt. Insofern müssen wir hier noch unsere Farben anpassen. Wir können natürlich hier auch eine eigene Farbe hinzufügen. Mit einem eigenen Hexerwert, den ich hier mal aus der Zwischenablage reinkopiere. Und dann haben wir hier unsere Buttons. Und da ebenfalls Copy und Paste. Hier brauchen wir noch die entsprechenden gleichen Farben. Damit das hier alles gleich aussieht. Hier oben können wir nochmal die Farbe des Rahmens ergänzen. Genauso wie wir hier noch die Textfarbe zu weiß anpassen. Und dann haben wir die auch angepasst hier noch. Und da nochmal den Hexadezimal-Code. Und dann ist es entsprechend hier schon angepasst. Ja, Speichern und Fortsetzen. Und du siehst, das Eck steht ja noch. Das habe ich schon ausgeschaltet. Manchmal ist die Vorschau hier also nicht ganz korrekt. Du kannst hier optional die Texte noch anpassen. Auch das geht. Und den Zustimmungstext hier auch austauschen, wenn gewünscht. Speichern und Fortsetzen. Und dann haben wir schon unseren Cookie-Banner hier eingerichtet. Wie sieht das Ganze jetzt auf der Webseite im Frontend aus? Das schauen wir uns an. Aktualisieren die Seite nochmal. Und dann sollte hier auch unsere Cookie-Box rechts unten auftauchen. Und das ist der Fall hier unten rechts. Und ich habe hier mal in ein Inkognito-Fenster umgeschaltet, sodass ich nicht eingeloggt bin. Und du siehst, hier haben wir unser YouTube-Video. Und aktuell sieht das Ganze im Quellcode so aus, dass wir hier mal die Seite untersuchen. In den Entwicklertools unter Quellcode sehen wir hier ist noch nichts geladen. Das Blockieren funktioniert also. Und erst wenn ich hier akzeptiere, werden die entsprechenden Skripte hier geladen. Und YouTube wird aktiviert. Das sehen wir hier unten. Der Google Tag Manager mit Google Analytics ist aktiv. Und auch unser YouTube-Video wird hier an YouTube weitergegeben. Und das soll ja auch so sein, denn wir haben hier akzeptiert. Hier unten fährt immer dieser Button hoch, sodass der User oder die Userin das jederzeit verwalten kann. Ich kann auch hier auf Ablehnen klicken. Und dann kann ich hier nochmal schauen. Und dann wird die Seite nochmal aktualisiert. Und die entsprechenden Optionen hier von Google Analytics und YouTube verschwinden hier wieder. Insofern der Beweis, dass das Ganze funktioniert und wunderbar kostenlos notwendig ist. Was wir hier noch hatten, ist die Google Map. Die haben wir hier unten eingebettet. Und auch da siehst du hier die Blockade. Nichts wird geladen. Wenn ich das jetzt aktiviere hier, dann kommt entsprechend auch die entsprechende Zeile hier von der Quellcode-Konsole. Und ich habe hier meine Google Map geladen. Also insofern auch dafür eine wunderbare kostenlose Möglichkeit, um Google Maps hier zu verwenden zu können. Und es ist einfach einfach. Es funktioniert super schnell. Du kannst das Ganze hier kostenlos aufsetzen. Und insofern würde ich dir dieses Plugin jederzeit empfehlen. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat und dir einen Mehrwert gegeben hat, dann gib dem Video gerne ein Like. Abonniere auch gerne meinen Kanal. Lass mir auch gerne in den Kommentaren wissen, wie deine Erfahrungen mit Compliance sind. Und ich wünsche dir ganz Erfolg mit deiner WordPress-Website.